hallo servus bei zuhause unterwegs heimat neu entdecken ich bin heute im vorderen bayerischen wald in der nähe von wiesent wird an der donau das ist so zwischen regensburg und straubing etwa gelegen und heute gibt es eine kleine kurze wanderung zur burgrüne heilsberg ja ich möchte gar nicht viel sagen bleibt einfach dabei kennt mit mir mit und schaut was alles zum seien gibt so Untertitelung. BR 2018 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 Ja, das war jetzt die kleine Wanderung zur Burgruine Heilsberg. Dieser Bach, den man da gesehen hat die ganze Zeit, das ist der Höllbach. Dem könnte man jetzt auch noch ein ganzes Stück folgen. Bis zur berühmten Hölle, einem richtig tollen Naturschutzgebiet. Darüber findet ihr auf meinem Kanal auch ein Video. Aber ja, da ist jetzt noch ein Stückchen hin. Das mache ich heute nicht mehr. Ich gehe jetzt gemütlich zurück zum Auto. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder bei Zuhause unterwegs. Heimat Neudecken. Bis dahin, Servus. Dann haben wir das. Vielen Dank.